Wollen wir es schneller oder wollen wir es etwas langsamer? Ich habe mich für die schnelle Variante entschieden. Für was würdet ihr euch entscheiden? Mehr dazu gleich nach dem Intro. Servus und hallo, ich bin der Brickfam Vienna und heute schauen wir uns wieder ein Creator Set an von Lego. Ein Set, welches mittlerweile auch schon End of Life ist. Und zwar den Lego Ford Mustang. Ich sehe gerade, dass die Rückspiegel ein bisschen besser. Also Lego Ford Mustang. 10265 ist die Setnummer. Aber wir reden über 1471 Teile zu einer damaligen UVP von 169,99. Damals. Damals, das war 2015. Ah, 19. Entschuldigung, 2019. Wie gesagt, mittlerweile ist er End of Life. Das heißt, man kann ihn im Prinzip nur mehr über Dritthändler oder am Gebrauchtwarenmarkt bekommen. Laut Bricklink liegen die Preise jetzt gar nicht mal so schlimm. Für eigentlich ein Set, was eigentlich sehr gut ist. Wir reden gebraucht im Durchschnitt von 83 Euro. Und neuwertig sind wir circa bei 120 Euro. Also eigentlich noch unter der UVP sogar als neues Modell. Also kann man daraus noch zuschlagen. Wert ist er es meiner Meinung nach. Aber schauen wir uns das Teil einmal genauer an. Wir haben hier einen, ja, ziemlich ikonischen Wagen. Ford Mustang sagt ja vielen was. Mustang sind ja eigentlich so die optische Luxusvariante der Ford-Fahrzeuge. Auch der etwas schnelleren, sportlicheren und auch oftmals getunten. So wie er auch in dieser Variante hier steht. Warum sage ich in dieser Variante? Simpel. Man kann ihn auf zwei Arten bauen. Entweder so wie er hier ist. Oder wie er hier auf der Titelseite der Anleitung abgebildet ist. Zu den einzelnen Unterschieden komme ich dann noch. Ja, also wie gesagt, das war das Titelbild der Anleitung. Ähm, wir haben natürlich die Hinweise nach der Reihenfeuer Sack anbauen. Brick Separated, wenn man den bedient. Dann ein Hinweis auf die Lego Live oder Lego Builder App. Und dann haben wir, wie es bei Lego gerade bei solchen lizenzierten Modellen nicht standard, will ich jetzt nicht sagen, aber sehr häufig vorkommt, dass wir ein bisschen Informationen bekommen. Und das finde ich immer sehr, sehr cool. Informationen über die Entstehungsgeschichte des Ford Mustang, über ältere Modelle zum Beispiel. Welcome to the start of your Mustang Story. Hier auch noch ein bisschen Geschichte und auch wie es zu dem ikonischen Symbol gekommen ist. Eben zum Mustang Evolution of an Icon. Ja, auch hier, wenn man auf dieser Seite schaut, eine schöne Zeitleiste. Finde ich auch immer sehr, sehr interessant sowas. Und hier eben das Modell selbst mit ein paar Informationen schon, was es denn so alles mehr oder weniger kann. Und dann geht es im Prinzip schon mit dem Bau los. Wir haben sechs Bauabschnitte. Und ja, sagen wir mal so, es kommt drauf an, von den Bauschritten her, wie viel man braucht, je nach Art des Baus. Aber im Standardmodell ist man dann nach 313 Seiten fertig. Hier sieht man noch einmal sehr schön den Vergleich zwischen dem Standard und dem aufgefilmten Getjuntenmodell. Finde ich auch sehr, sehr nett gemacht. Ja, was ist im Getjuntenmodell drinnen? Die hintere Radaufhängung ist höhenverstellbar. Dann die Auspuffrohrer sind dann hier vorne. Dann haben wir hier den Supercharger, den Turbo im Prinzip. Einen Front-Spoiler ist es ja nicht so, indem man Kuhfänger fasst. Hinten der Spoiler und im Kofferraum selber ist dann noch ein Nitro-Tank drinnen. Und dann wird in 49 Bauschritten gezeigt, wie man den dann letztendlich von der Standard auf die gepimpte Version umbaut. Jo, dann eben noch ein bisschen Informationen, was es damals noch gab. Damals war die Zeit, wo auch die erste Achterbahn herausgekommen ist, als auch der James Bond, Aston Martin. Und dann haben wir natürlich wieder die Teile-Liste auf drei Seiten und ganz zum Schluss natürlich wieder das typische Win. Wie es heute Feedback and Win heißt. Beziehungsweise heute heißt es gleich nur mehr Feedback. Ich habe keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf. Ich kann euch jetzt leider kein Vergleichsvideo machen, dass ich sage, okay, so ist die Standardvariante, so ist die umgebaute Variante. Weil den habe ich einerseits nur einmal und zweitens, da ist ein Kabel. Ihr seht das und ihr wisst, was das bedeutet. Und das Lichtset, was hier verbaut ist, ist für die gepimpte Variante. Für die Standardvariante könnte man es natürlich auch einbauen, würde dann allerdings auf einige Lichter verzichten. Wir haben hier die gepimpte Variante genommen, einfach weil es auch optisch schöner aussieht. Jo, wir haben ein paar Aufkleber, wir haben ein paar Prenz. Also, wir haben vorne, ich weiß nicht, oh ja, hier kann man es gut erkennen. Hier den Mustang selber vorne. Das Nummernschild wäre ein Aufkleber. Dann haben wir hier seitlich diese Lüftungsschlitzel oder was. Das sind auch Drucke. Wir haben auch hinten noch einmal hier unten ein Mustang-Logo, Shelby-Logo drinnen. Also das GT-Logo, Entschuldigung, das GT-Logo, auch das ist ein Print. Auch das Nummernschild wäre ein Sticker. Aber das hat in dem Fall sogar einen Grund. Im Inneren gibt es dann noch den Rückspiegel. Da mache ich auch ein Foto davon. Weil auch auf dem Rückspiegel ist ein Bild drinnen von einem dahinter fahrenden Fahrzeug. Und wenn man genau schaut, kann man sogar ein typisches Fahrzeug erkennen. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, korrigiert es mich, wenn ich falsch liegen sollte in den Kommentaren, dürfte das die Silhouette des Camaros sein, den ich euch schon vorgestellt habe. Ich verlinke ihn euch gerne da oben. Warum man euch da oft zeigt, da oben steht er bei mir im Regal. Auch dieser blaue Streifen oben ist ein Druck. Er geht über 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fließend rüber. Ist ein Druck. Auch hier seitlich, diese weißen Streifen, sind Drucke links und rechts. Da allerdings, muss ich dazu sagen, ist es so, dass die nicht ganz hundertprozentig bündig sind. Also man hat hier doch einen Fassad drinnen teilweise. Sehe ich jetzt nicht ganz so kritisch. Warum? Weil wir kennen es teilweise von Kobi, oder wir sind es schon aufgefallen von Kobi, dass wenn sie Drucke haben, die über mehrere Steine gehen, dass diese dann schon fertig gebaut in der Verpackung drinnen sind. Ich kann mir auch denken, warum? Die bauen das zusammen und hauen es dann erst unter den Drucker. Damit haben sie keinen Fassad. In dem Fall ist es so, dass diese Slopes auf der Seite, das sind nur Slopes, die alle denselben Druck haben. Das heißt, diese Slopes werden einfach massenweise bedruckt und dann in der gewünschten Anzahl halt im Set beigelegt. Da kann es dann natürlich sein, dass ab und zu ein Fassad drinnen ist. Aber, sagen wir mal, mega am hohen Niveau. Jo, der Bau selber, es ist ein typischer Lego-Bau. Es ist im Prinzip ein Systembau. Es ist geringfügig Technik dabei, ja, aber der Großteil ist eigentlich Systembau. Dementsprechend gut geht er von der Hand. Die Anleitung selber wirft keine großen Fragen auf. Wir haben immer das typische, was brauche ich, wo brauche ich es ein, bzw. wie brauche ich es das haben, wo brauche ich es ein, rot umrandet, mit Pfeilen gekennzeichnet. Im Regelfall auch immer nur ein paar Steine pro Bauschritt, selten über 10 Stück pro Bauschritt, eher meistens stark drunter. Also, insofern, ja, ist das nicht wirklich eine große Geschichte. Ab und zu gibt es ein paar Hinweise, wenn man Steine auf zwei Arten einbauen könnte, dass man sie nicht falsch einbaut. Also, auch da wird einem sehr, sehr viel abgenommen, sage ich einmal. Ähm, jo, im Inneren selber spielt es sich wieder farbentechnisch ein bisschen ab. Wir haben Rot, wir haben Weiß, wir haben, gut, Blau in dem Fall logisch. Wir haben Gelb drinnen, alles Mögliche, aber man sieht es von außen nicht. Auch wenn ich jetzt, sage ich einmal, von unten schaue, sieht man, ja, ein bisschen Farbe. Aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt so die Hände über den Kopf zusammenschlage. Also, das passt von dem her schon. Ähm, jo, also, was ich auch ganz nett finde, ab und zu, ähm, sind kleine Infos, wie hier oben zum Beispiel, beziehungsweise ich zeige es euch in der Kamera, kann man es besser sehen, hier oben, äh, so ein Infofeld drinnen, ähm, eben über Meilensteine oder, oder wichtige Facts, über den Ford Mustang. Finde ich auch nett, dass sie das eingebaut haben. Jo, ähm, wir haben eben die ikonische Mustang Front, eben in dem Fall mit der Schürze unten. Wir haben hier den Turbolader oben, wir können hier die Motorhaube aufmachen. Und da muss man allerdings wirklich, das ist mehr oder weniger wirklich Millimeter gebaut. Muss wirklich alles sehr gut sitzen, weil es geht sich wirklich Millimeter genau aus, dass dieses Loch hier in der Motorhaube direkt über dem Turbolader drüber geht. So, und wenn man da hineinschaut, sieht man ein bisschen drunter vom Motor. Und wenn man genau schaut, sieht man hier links und rechts möglicherweise schon diese kleinen Kabeln, die hier von der Beleuchtung her kommen. Ja, das ist schon ganz nett gemacht. Auch ein Keilriemen ist drinnen eingebaut im Prinzip, das ist so ein weißer Gummi, den man von Lego kennt. Wir können die Türen öffnen, links und rechts. Die Türen, das ist wirklich ein, finde ich mal, perfekter Anschlag bei den Türen. Fast 90 Grad und sie gehen nicht weiter auf. Die Türen sind auch relativ massiv gebaut, relativ dick gebaut, schön innen angedeutet, eben dieses helle Lederfarbene, das passt soweit. Von der Stabilität her, ja, das funktioniert. Die sind stabil, die wackeln nicht wirklich, also das ist wirklich schön gebaut. Im Inneren haben wir, auch da mache ich ja ein Foto dann noch, haben wir zwei schöne Sitze, auch von der Struktur her mit diesem Leder, hell-dunkles Leder, eine Gangschaltung, die auch schaltet. Die auch einrastet. Wir haben das Armaturenbrett, wir haben ein angedeutetes Radio, wir haben ein Lenkrad, welches sich auch mit der Lenkung mitdreht. Wir haben allerdings keine Hand-of-Gott-Steuerung, das nicht. Jo, wir können hinten den Kofferraum aufmachen und im Kofferraum hier hinten ist das Nitro angedeutet, wenn man eben diese Variante braucht, ansonsten ist er eigentlich leer, beziehungsweise hat er gleich eine Reserve-Raht drin. Jo, da würde ein Aufkleber übrigens drauf kommen, auf die Nitro-Flasche. So, wir haben dann, kurz schauen, wo das genau liegt, hier unten, ja genau. Hier ist es. Hier unten, das wird man wahrscheinlich schwer erkennen, ist so ein zweimal zwei Roundbrick mit diesen Rillen auf der Seite und hiermit kann man, wenn man es dreht, die Höhe, ich glaube hier kann man es ganz gut erkennen, von der Hinterachse anheben, beziehungsweise absenken. Jo, das sind so die Funktionen des Sets. Ich schaue sicherheitshalber nochmal nach, ob ich nicht was vergesse, aber ich glaube nicht. Wo haben wir es denn? Was da ganz hinten? Nope. Was vorne? Was war es da vorne? Ja, genau. Ja, normalerweise der Motorblock, ich zeige es euch hier nochmal in der Kamera, also normalerweise liegt hier vorher der Motorblock drinnen, aber in meinem Fall ist ja der Turbo drüber. Genau, also die Gangschaltung rastet zwar ein, ist aber wirklich rein eine optische, es ist nicht wirklich ein Getriebe drinnen. Jo, und die Höhenvorstellung. Genau. Jo, viel mehr rein so vom Bau und vom Modell fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht ein. Er ist optisch wirklich ein schönes Modell. Also das ist wieder eines der Modelle, welches Lego wirklich sehr, sehr gut gelungen ist, kann man gar nicht sagen. Und jetzt kommen wir zum Highlight, im wahrsten Sinne des Wortes. Bam. Und ihr seht schon, das Ding wird wirklich beleuchtet an allen Ecken und Enden, gerade einmal, dass keine Unterbodenbeleuchtung dabei ist. Wir haben eben vorne die ganzen Scheinwerfer, wir haben das Nummernschild beleuchtet, wir haben den Turbolader beleuchtet, wir haben eine schöne Innenbeleuchtung und wir haben natürlich auch hinten die normalen Rücklichter, beziehungsweise hier nochmal verstärkte Scheinwerfer und nochmal ein Nummernschild beleuchtet, beziehungsweise ich würde fast sagen, das könnten sogar die Rücklichter sein, beim Rückwärtsfahren. Man kann es allerdings nicht differenziert steuern. Ich zeige euch jetzt nochmal, wenn man das nämlich jetzt aufmacht und hier hineinschaut, unter dem Licht seht ihr hier eben den Verteiler, wo die ganzen Kabel im Prinzip zusammenkommen, die dann auf dem langen USB-Kabel letztendlich hier bei mir an die Akkubox, an die Powerbank gehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man solche Lichtsets bestromen kann, entweder eine kleine Akkubox, die meistens im Lichtset dabei ist, Powerbanks oder wie wir es dann auf Ausstellungen machen, dass wir so eine Stromleiste haben mit den USB-Steckplätzen, wo wir dann die einzelnen Modelle anstecken. Zwei Sachen. Einerseits, und ich habe euch schon viele Sets mit Licht gezeigt, und ich habe euch auch immer das Lichtset unten verlinkt. Aber was ich nicht gemacht habe, und das ist Schande über mich eigentlich, ich habe euch nie im Video gesagt, was das Lichtset eigentlich kostet. Also ich, wie gesagt, kaufe meine Lichtsets bei Game of Bricks, ich kann euch diesen Shop wirklich nur empfehlen, ich verlinke ihn euch, wie gesagt, nochmal gerne unten, weil die wirklich sehr, sehr schöne Lichtsets haben, wirklich umfangreiche Lichtsets, und man kann auch wirklich entscheiden, möchte ich wirklich ein kleines, oder wirklich das größte, umfangreiche Lichtset haben. Im Fall des Mustangs sprechen wir, gibt es drei verschiedene Varianten. Eine Standardvariante, da wird einfach nur das Notwendigste beleuchtet, dann eine etwas höherwertigere, wo alles beleuchtet ist, so wie ich es hier stehen habe, und dann gibt es die ganz hochwertige, die hat dann auch noch eine Steuereinheit dabei, und eine kleine Fernbedienung. Die günstigste Variante liegt bei 31 Euro, die teuerste bei 51, die mittlere pendelt sich im Zwischenbereich ein, ich glaube, bei ungefähr 40 Euro. So viel zum Ford Mustang. Ich finde es ein ikonisches Modell, ich finde es schön umgesetzt, mit auch ein paar Kleinigkeiten, die man noch verbessern könnte, wie eben, dass alles gedruckt ist, zum Beispiel, aber ich sage mal, bei dem Modell ist nicht wirklich viel falsch gemacht worden, ganz im Gegenteil, es ist wirklich ein schön umgesetztes Modell, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis mit 1400 Teilen, war es damals um 170 Euro natürlich nicht gerade günstig, das ist schon richtig, aber man muss natürlich berechnen, man hat eigentlich im Prinzip ein 2 in 1 Modell, und das zweite ist gerade jetzt, wo das Ganze nur mehr gebraucht zu bekommen ist, ist es auch hier preislich eigentlich in einem sehr, sehr angenehmen Rahmen. Das war mal ein Punkt, der zweite Punkt, weil ich gesagt habe, Ausstellung. Ich blende euch das Plakat ein, ja, der hält für den Stein, wir machen wieder eine Ausstellung, ich habe es euch ja schon Dezentrum angekündigt, und es wird jetzt in nächster Zeit des Öfters kommen, dass ich euch natürlich das Plakat zeige, es soll ja auch keiner verpassen. Wir sind wieder in Erzbrunn, wo wir schon zweimal waren, aber es hat sich bewährt, und Erzbrunn haben wir entschlossen, wir zu einem Fixpunkt in unserer jährlichen Tour. Wir sind diesmal im April wieder in Erzbrunn, und zwar Samstag und Sonntag, der 20. und 21. April 2024 sind wir in Erzbrunn. Wie gesagt, das Plakat blende ich euch ein, wir sind noch am Ausstüften der letzten Details, was die Ausstellung betrifft, also, wer ausstellen wird, wie die Preisgestaltung ist, und so weiter, sind wir noch ein bisschen am Ausstüfteln, aber da sind wir in den letzten Schritten, das heißt, sobald auch da Genaues feststeht, beziehungsweise Tickets verfügbar sind, werde ich euch das natürlich bekannt geben. Das soll es jetzt für heute auch gewesen sein, Wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Live-Signal oder im April in Erzbrunn. Würde mich auf jeden Fall freuen, einige von euch dort begrüßen zu dürfen. Jo, in diesem Sinne, habt eine wundervolle Zeit und nicht vergessen, bleibt unser Kommune der Zwei. Euer Brickfan, Vienna. Untertitelung des ZDF,